Wir sind hier in Köln-Mitte, wie ihr sehen könnt, Finanzamt Köln-Mitte, genau, hier, wir haben Corona und wie ihr sehen könnt, da drüben sitzt ein Mann, da hinten saß auch bis gar noch einer und da drin sitzt auch einer und ja, und da hinter dem Herrn da sitzen auch Leute im Café oder in der Hotelbar, ne, also lasst euch weiter verarschen Leute, Hotelgäste dürfen alles, ja, ich war jetzt zwar selber einer in Dingens gewesen in der Schweiz, aber da sind, gelten auch andere Regeln als hier und hier dürften eigentlich die Hotelbars gar nicht geöffnet sein, weil ich durfte in Ulm ja auch nicht in die Bar, also ihr seht es Leute, wir werden lang verarscht von der Regierung, lang verarscht.